1994 Nintendo presents Metroid 3 und damit herzlich willkommen und ein fröhliches Moin zu einem neuen Let's Play von einem alten Super Nintendo Hack, Super Metroid Wir spielen Metroid Super Zero Mission, ein Hack von 2011 Von wem, weiß ich noch gar nicht Ähm, wie auch immer Wir wollen das mal probieren Ich, äh, ich hatte lange überlegt, was ich als nächstes spiele, ob ich jetzt ein altes Spiel weitermache, ob ich ein neues anfange ob ich ein ganz neues mache oder ob ich ein Tutorial mache Ich hatte keinen Plan, ich hatte aber einfach Lust auf Super Metroid und deswegen dachte ich mir Äh, ups Schauen wir uns nochmal das Intro an Nein, ähm Versuche ich erstmal hier nochmal alles klar zu machen Und die Steuerung ist mir noch ein bisschen zuwider Da muss ich nochmal gucken Äh, schießen Ach Gott, wie habe ich denn das gemacht? Dash, Jump, Shoot Ja 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 Okay So, ich würde sagen, wir fangen an Es, äh, ich weiß noch nicht, ob ich das Spiel durchspielen werde Ich hatte, glaube ich, schon mal einen Super Metroid Teil den ich nicht ganz durchgespielt habe, weil es mir dann Irgendwann wird es mir drauf Ich weiß noch nicht, wie es aussehen wird Wir gucken uns das einfach mal an Oh, die Musik Der gefällt mir schon mal gut Ja, ja Hallo Oh Und schon geht es wieder los mit irgendwelchen Rollen Ah Ich mag Rollen Ich mag auch Rollenspiele Und ich mag es, wenn der Ton auf einmal abbricht Denn Da brauche ich was Grünes Lalalalalala Ach, die Musik Meine Stimme ist heute wieder hervorragend geeicht In dieses Spiel Äh, warte, mein letzter Test Na, nee, so nicht Ich frage mich, ob es schwierig sein wird Denn Zero Mission habe ich nie gespielt Und ich hatte Ich habe eigentlich sowieso kaum Super Metroid gespielt Ich habe natürlich Super Metroid Super Metroid gespielt Und darüber hinaus Eigentlich nur Metroid Also den allerersten Teil Wie wir da reinkommen sollen Weiß ich noch gar nicht Lala Hä? Wie sollen wir denn da reinkommen? Schieß mich einfach mal durch Vielleicht ist hier irgendwas Da brauchen wir noch Aha Da brauchen wir Aha Ist ja ganz klar Ähm Ähm Ob es hier wieder Geheimnisse gibt Ich weiß es nicht Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich zu Ende spielen will Das letzte hatte ich, glaube ich, nicht zu Ende gespielt Weil es mir einfach zu schwer war Und ich werde sehen, wie weit ich hier komme Ich hatte einfach mal Lust drauf Und dachte mir Komm, nimm die Freunde mal mit Die haben ja eh gerade noch Au Was? Die haben ja eh gerade noch Zelda geschaut Und da ist Metroid ja eigentlich so vom Thema, vom Jahr her Gar nicht mehr so weit weg Lala Ah, ich habe vorher mit Tee spülen sollen Toll Diese Szene erinnert mich schwer an Metroid Im allerersten Teil Geht das überhaupt noch jemand? Der Morphing Ball La Aber nur der Ball, glaube ich, ne? Ja, nee Mehr kann ich da noch nicht machen Hm Jetzt ist mir mit Schweiz Wer ist da weitergegangen? Die Grafik gefällt mir schon mal gut Das sind andere Elemente als sonst Andere Spreads Oder wie sagt man? Da fällt mir ein Wo ist Ridley? Oh Oh Oh, die Musik Tadam, tadam, tadam Tadam, tadam, tadam Hallo 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 Okay Okay Tadam, tadam, tadam Okay, komme ich hier irgendwo rein? Nö Komme ich hier irgendwo aufstehen? Nö Ah Energie Schrett, dir gibt mir Energie Hallo So Tadam, tadam, tadam Ich gehe einfach mal durch, als ob nichts wäre Ähm Wow Ich kann eigentlich auch mal so speichern So Hallo Welt Nein Oh, ah Ich weiß doch gar nicht, wo lang Den Namen kennen wir schon lang Ähm Ja, Samus Aran, ne? Ähm Warte mal Ich kann es noch Ich kann es noch Ah Hä? Oh Ähm Ja Tadam, tadam, tadam Ich müsste ja eigentlich noch so zwei, drei alte Spiele fertig machen Und eigentlich wollte ich auch noch das eine oder andere Tutorial weitermachen Ähm Ja, es Ähm Mal sehen In letzter Zeit komme ich nicht so viel zum Spielen Also wenn man eine Folge ausfällt, man Äh, oder einen Tag ausfällt, an dem es keine Folge kommt Es sei mir verziehen, denn ich, äh Ich bin auch nur ein Mensch Ja Ob Geflüge Ob Privatleben, ja Ne Äh, ist dann halt so, ne? Okay Aber noch habe ich Kapazität Kriege ich hier noch mehr Drops? Erinnert mich gerade schwer an Metroid Ob das an Zero Mission liegt? Weil Zero Mission so ähnlich wie Metroid war Oh, Missles Oh Da, 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 da Kleine Raketchen Kleine Missles Soll ich die denn? Äh 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 Ja Gibt hier irgendwo Musik her? Ich höre irgendwie Musik Komisch Jetzt höre ich sie nicht mehr Hey Äh Äh Wie? Aha Was? Warum? Konnte ich da gerade Wie? Aber Warum sah das ganz komisch aus? Habe ich einen Gang verpasst oder Irgendwie Hm Äh Da, 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 da Komme ich überhaupt wieder hoch? Ja Ja Hallo Warte doch mal Ich hätte gerne andere Waffe Die ist mir schon ein bisschen Ich mag die nicht so Die Standardwaffe mag ich nicht so Besser Hä? Ähm Test Äh Nö 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 Okay Ja und Wo? Da geht's auch noch irgendwo weiter Ha Das habe ich doch gesehen Was war das denn eben für ein Trick? Halt Das ist meins Halt Ah Da ist mal einer flöten gegangen. So. Ah. Da möchte ich gerne speichern. Es ist ja ein Heck, dann darf ich auch mal. Und wie komme ich wieder raus? Oh. La 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 la. Ja, natürlich. Aha. Den wird es euch jetzt nicht so verstanden. Gut. Dann kann ich mit dem Charge also die anderen Dings da auch kaputt machen? Oh, da oben ist noch einer. Schöne Idee eigentlich. Bisher noch ganz verträgliche Schwierigkeit. Gefällt mir. Ich mag das nicht so, wenn man am Anfang gleich so überrascht wird. Ich habe schon wieder so eine komische Musik. Au. Au. Oh. Ja. Ja. O. A. O. M. A. A. Oh, A. A, A. O-A, M-A. A. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ich komme. Ich komm. So. Da-dam, da-dam, da. Mhm. Scheint, äh, nicht mein Mord zu sein. Was für ein komisches Symbol auf der Karte. Äh, wie lange nehm ich da jetzt schon auf? Achso. Ist die Karte ein bisschen groß? Hä? Oh. Halt! Ah. Oh. Nein. Vielleicht zweimal. Hallo, komm ich ja wieder hoch. Ja, nein, nein, nein. Oh, oh, oh. Was war das? Oh! Oh, okay. Cool. Ich bin grad richtig glücklich. Oh. 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 Warte. Hier war ich schon. Äh. Ähm. Okay, ich geh, ich geh, ich geh mal wieder nach rechts, glaub ich. Da war ja noch diese andere Blechdose, die wir kaputt schießen können. Ich hab bisher, also ich, ich freu mich bestimmt grad zu früh, aber ich finde es gerade recht einfach. Bisschen sehr erstes rumlaufen, paar kleine Monster kaputt machen und, äh, Gegenstände finden. Eigentlich schön, angenehm. Schwierigkeit mag ich. Ich hoffe, das ändert sich, äh, nur etwas. Was? Da ist was. Das hab ich eigentlich nicht gemeint. Oh ja, sowas mag ich, aber, äh, sowas mag ich auch. La, la, äh, hallo? Komm, komm nicht, komm nicht hoch. Ah. Ups. Da, 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 da. Okay. Ich war ja schon, ne? Ja, ich war ja schon. Da, da. Okay. Ich glaube, da oben rechts war ich noch nicht. Da wollte ich nochmal hin. Na. Hey. 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 Ah. Hm. Hm. Ähm. Äh. Äh. Ah. So. Okay. Ich hab die Vermutung, es gibt hier immer mehrere Möglichkeiten, weiterzukommen. Gut, an der Stelle vielleicht nicht unbedingt mehr. So. Ich glaub, unten rechts ging's noch weiter. Sekunde mal. Da. Hm. Einfach ein bisschen drum. Shisha, Shu. So. Aha. Ich glaub, die Dinger sollte ich stehen lassen, falls ich mich verletze. Das ist... Das meinte ich nicht. Oh, oh, oh. Ne, nur warte mal. Lass mich mal hier hoch. So. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Ah, ja, ja. Ja, ja, ich komm. Okay. Oh. Was für ne geile Grafik. Bin grad so ein bisschen happy. Bin ich in verschiedenen Gegenden hier? Ist echt schön. Gefällt mir gut. Ähm. Ähm. Hallo. Brauch ich hier den Springball? Warum fall ich hier durch? Komm aber nicht hoch. Da brauch ich zumindest die Bombe. Okay, hier komm ich nicht weiter. Merk. Du hast dich das gemerkt, ne? Ich lauf nur vorwärts. Du machst den Rest. So. Dann muss ich hier oben irgendwo weiter. Ach, du hast es nicht gesehen. Okay, great. Jo, hau ne Burrell voll rum. Ähm. Wie kam er denn da unten weiter? Auch nicht, ne? Äh, so. Wir sind, glaub ich, zufällig den richtigen Weg gegangen. Oh, gegangen. Hallo. Hey. Wie hab ich denn das grad überlebt? Jo. Bin da. Hoho. Dadam, dadam, dadam. Ich hab bestimmt schon tausend Energietanks weggepasst. Ich freu mich grad hier einfach nur durchzulatschen. Aha. Bestimmt nicht das erste, was ich vergessen hab. La. Weil, hier sind ja ab und zu auch mal ein paar Punkte. Zumindest ein oder zwei hab ich grad auf der Karte gesehen. Ich garantiert doch vergessen hab. Ne, ich glaub das wird nichts. Au. Komm ich hier eigentlich durch? Ja. Warum geb ich überhaupt so ne Mühe? Au, 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 au. Au, au, au. Energietaag. Äh. Komm ich hier irgendwo noch durch? Oder war das jetzt schon alles? Weg, weg. So. Ah, verstehe. Boah, die zieht aber ab. Okay, dann eben oberrum. Vielleicht sollte ich mal speichern. Da, 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 da. Ah, was ist denn das? Ne, au. Okay. Es gibt hier regelmäßig Speicher. Vielleicht sollte ich doch nicht den, äh, Safe State benutzen. Wow, 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 wow. Okay. Piep. Hallo? Ach, die kommen da rausgespawnt. Ja, sicher. Da war. Ne, äh. Oh. Darf ich jetzt auch mal da hoch? Oder nicht so? Ah, oh, aha. Ne, wird nichts. Badam, bam, bam, bam. Ist hier irgendwas drunter? Nö. Alles kaputt schießen. Kann überall was drin sein. Vergesst das gerne mal. Oder da oben zum Beispiel. Oh, oh, oh. Hup. Ja, da komme ich nicht hin. Wieso auch nicht? War ein Versuch wert. Geht's denn hier oben lang? Lang. Oh, das ging tatsächlich. Aber bevor ich da durchgehe, was ist denn rechts? Da geht es auch irgendwo hin. Na gut, gehen wir nach oben. Oh. Das war Leichtsinn. Oh. So. Das war ja relativ einfach. Brimstar. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich sage erstmal Tschüüüß. Bis gleich.